jo hey wer haben wir da noch mal einen neuen match play together jo mal mit und wir genau also was wir gemacht haben wir die ganze Zeit über die Bühne zu bringen das habt ihr gesehen ein bisschen ich weiß nicht, dass es nicht interessant wird wir haben nur 3 Minuten gewischt ganz du das hat gedauert ja das ist Zeit kurz bei uns ja da muss man zurück ja jetzt gehen wir mal die Quaste hier oben und lass uns grad noch für den Urgraf gehen ah da könnte noch ein gehts in Quads schön schön oh Wtf und dann hab's direkt rüber gewusst da hat kann noch schöner W.O.W. geschehen da dort dann ok dann holen wir die Quaste hier jo und dann muss man mal weiterlaufen ähm ähm ja kann man nicht in Halfstone ihn benutzen wo geht diese Halfstone hin ne 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 geht nicht geht hier natürlich nach ne 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 haltet euch zurück bevor ich euch wieder in Ketten lege ja ja jo das ist auch schon zu Pandaria gequestet wo was hat genau gequestet dass er nicht auf der Schildkrötei oder oder wie merkst du ne zu Pandaria gebiet Pandaria selber wo ist auch schon gequestet ah jo wir sind genau gut bei dem das aber auch schön schön wie geht's ok aber das sieht wahrscheinlich schon bei mir weil ich nehm schon zu weit Quasteiiinnn weil ich nehm schon zu weit schüsst nach ähm weil ich wollte eigentlich nehm bislisch gegen mich Kataklysmon hat auch noch weil ich mein Alnacotio konnte reaktivieren hm da wenigst da wenigst jo ah tisch da kann man sogar vielleicht mal zwei verschiedene Menschen an Instanzen auch gehen mit wenigst ja da wenigstens zu denken nicht mehr als viele und dann geht ja gucken was die die Geschwister oder die Brüder des Todes oder, oder oder wär's das neh die Kinder des Todes hahahahahahahahahaha ha ich gehe nicht da etwas da jemand lebt wuauauauauauauaua dann heil ich mich he-hey-hey-he-hey-hey-hey-hey-hey-he-hey-hey nie beim bosse an die grundschuldung durch die kürzüge schlägt und die schiebe naja geistert und der betrieb könnte flammenschock auch mit der türkischen nachricht und die gern Cool. Der Südabspot-Label-Ferze. Provokation. Joa, das ist ja. Oh, die auch nicht, ne? Also, äh, ja, muss ich ja. Jo. Ja, die neuen Verbündeten blablabla. Doch, 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 doch. Die übersprungen sind ja noch nicht. Jetzt erst gucken Sie. Aber nicht viel mehr zu tun. Ah, so waren wir mit dem WK. Oh. Oh, ein Deckelsmoke. Joa, jetzt sind wir mit dem Deckelsmoke hoch. Da gesehen wir mit dem Mist of Pandaria. World of Warcraft nach drüber. Was auf Dishking. Ja. Der Ladescreen. Einmal von der Schein zu gucken. Joa, und da stehen wir noch hier drinnen. Da ist der Meister. Joa, joa. Hm. Für die Jahre waren wir immer unter... Dekker. Oh, ja. Dekker. Ich habe mich mit dem WK. Ja. Ich habe mich mit dem WK. Und dann kann ich den WK. Ich glaube, wir haben den WK. Ja. WK. Ja. Ich habe mich mit dem WK. Ich muss die Request machen. Okay... Also... Dann... Ich muss die Request machen. Genau, du. Und dann... Okay... Ich muss die Request machen. Aber... Wir gehen mal bei den... Bukinisch. Bei den Vrinn. Bei den hässlichen Vorbildern. Also... Abgesandte von Pandaren. Ja... Fittididididim. Ah... Was gezeigt, dass ich Reude kann. Was soll mal als Reuter sein heulen? Hm? Hm? Ich gucke, dass ihr das bringt Bier. Ah... Was habt ihr denn? Ähm... Was ist denn... Ein Drach? Ein Drach? Hm... Ich bin nicht ein Drach. Ah... Wo kann ich den da klauern? Ich weiß ja nur, ich muss... schwerer kämpfen. Wie schwerer kämpfen? Ich kann nur Geister normalerweise. Spenden? So, wenn du nicht hier hast... Wo du schulst, Windows 10 zuaqu одна 슈 producen kannst du, weil? Hey... Nein... Wie puten... breeds pueblo... Hallo? Hier kannst du gleich... ...mhhhhh... ...Gaschen. Ha! 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 волi schwierig, der gr commission! ...Sarekst du schint? Ha! Also... Wow, ich kriege 85 xp. Das lohnt sich so richtig, ich will euch aufzuhören, wie für 85 xp. Begleitet König... Wow, auch wieder begleiten kann ich rumpfen von Drüssen und rumpfen von 80, Respekt. Euch abzuweisen wäre dumm von mir, besonders in Kriegszeiten. Aber es gibt eine Reihe von Dingen, die ihr verstehen müsst. Ja, passt, passt. Erstens, die Völker der Allianz geben aufeinander Acht. Es wird erwartet, dass ihr Mitgliedern der Allianz in Zeiten der Not beisteht. Bei Menschen, Gnome, Dränei oder Pandaren wie ihr. Es ist eine einfache Regel, aber eine wichtige. Habt ihr verstanden? Mh-mh. Gut, denn das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Nicht alle Pandaren haben den Weg gewählt, für den ihr drei euch entschieden habt. Einige haben sich der Horde angeschlossen. Sie sind, genau wie die anderen barbarischen Stämme der Horde, eure neuen Feinde. Die, mit denen ihr einst befreundet wart, oder die ihr sogar geliebt habt, sind jetzt eure Widersacher. Es tut mir sehr leid, aber die Fronten stehen fest. Ich werde keine Verbrüderung mit dem Feind tolerieren, denn damit könntet ihr die Allianz in den Verfahren aussetzen. Hab ich mich deutlich genug ausgedrückt? Ja, natürlich. Ich bin Varian. Gut, wir sind beinahe fertig. Gehabt euch wohl, es wissen nicht viele. Aber ich war einst selbst ein Arena-Kämpfer. Ein Gladiator. Zur Belustigung der Horde. Ich verstehe also ein wenig von Kampfkunst. Und jetzt, Pandaren, zeigt mir, was ihr drauf habt. Das meldet immer noch auf. Haltet nichts zurück! Gebt alles! Das ist der schlechte Witz, dass ich die Brinsel allein besiege. Die Sequenz ist aber geil. Ich weiß nicht. 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 Komm schon, Pandaren! Schlag mich! Dieser Trauer ist noch nicht bereit. Hä? Nein. Warte, Geschlecht Style. So habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Ah, okay. Da entscheiden sich doch, der kannst. Wow, und dann finden wir noch... Und dann finden wir noch... Was du mit? Spack! Boah, du bist verrückt auf die Westfork! Jo... Sascha! Ah, ja... Und dann gucken wir, dass man manchmal nur... Und... Gilt mal kreieren, gebe ich so an. Was meinst du? Mein ich auch gilt... Hallo? Ja! Ja? Hier, da dran zu machen! Ich möchte hier mal vorn... Und dann sind wir denn... In, oder? Ich kann euch nicht mehr sagen! Könnten... Das noch was ich wollte. Ich habe das wohl gemacht, und dann gib ich mich ein bisschen zuerst auf. Dann... Ich bin ja individuell... Alles Clip. Dann schreiben Sie mal von mir.